Das ist ja gut, vielleicht nügendjahr, um die Leber zu schnurren. Eine neue Schwester hat auch noch, ich wünsche gerade. Hey, warum hast du mich nicht angerufen, bevor du gegangen bist? Kein Handy. Hat Fiona eigen gesagt, als ich erwischt wurde, wie ich es den Blips geklaut habe. Hast du die Mäuse? Wofür? Für Fede, was gab es dir? Oh. Also lass mich wieder versauern. Warum ist die Welt so abgefragt? Keine Ahnung. Na, wenn nicht alle abfühlen. Natürlich sind die Ekerle, dass auf ihre spezielle Art abgefragt. Ich mache mich aus dem Weg ins Krankenhaus. Morgen. Morgen. Was geht auf der Dämpfe? Geht nicht, oder? Der Weg ist nicht nach Hause gekommen. Nein. Was fragt mich aus den Augen? Ich brauche mir, um Leben aus dem Krankenhaus zu gehen. Fuck, wieso geht es hier nicht ran? Dann versteht sie jemand. Okay. Ich kaufe mir, ob wir gerade sind. Danke. �mail. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.